Die Wiese unseres Wahlkampfes ist Widerstand und Vision gegen Wehr und gegen Entwurf. Ich glaube, es ist nicht genügend den Nationalisten, den Rassisten, die sich alle hier formieren in Europa, entgegenzutreten, sondern auch mit einer großen Vision zu antworten. Das ist die Republik Europa gemeinsam mit einer Sozialunion, einer Friedensordnung und einer starken Region.